Auf Zehenspitzen schleicht Monostatus der Laube zu. Da plötzlich unterbricht ein ohrenbetäubendes Donnern sein Vorhaben. Die Königin der Nacht erscheint. Er verbirgt sich eilends hinter einer Hecke und belauscht, wie Pamina ihre Mutter beichtet, dass sich Tamino nun den Prüfungen der Eingeweihten unterziehen will. Was? Tamino hat sich auf die Seite der Eingeweihten geschlagen? Unglückliche Tochter, nun bist du auf ewig mir entrissen. Entrissen? Oh, dann lass uns fliehen, gute Mutter. Deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Da, siehst du hier diesen Stahl? Ich habe ihn für Sarastro geschliffen. Du musst ihn töten, sonst ist unser beider Glück verwirkt. Aber, liebste Mutter, ich kann das nicht. Kein Wort. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung flammet um mich her. Fühlt nicht durch dich, Sarastro, Todesschmerzen. So bist du meine Tochter nimmermehr. Verstoßen sei auf ewig und verlassen. Zertrümmert seien auf ewig alle Bande der Natur. Wenn nicht durch dich, Sarastro, wird erblassen. Hört, Rache, Götter. Hört einer Mutter Schwur. Und so schnell, wie sie aufgetaucht ist, verschwindet die Königin der Nacht auch wieder. Monostadus, der alles belauscht hat, kommt aus seinem Versteck hervor und setzt nun seinerseits Pamina unter Druck. Entweder gibt sie sich ihm hin oder er verrät Sarastro die mörderischen Absichten ihrer Mutter. Doch wieder weist Pamina ihn zurück. Besinnungslos vor Zorn stürzt sich Monostadus auf sie. Doch das plötzliche Erscheinen Sarastros verhindert Schlimmeres. Auch er hat alles mit angehört. Und Pamina befürchtet nun, dass der Priester sich an ihrer Mutter rächen würde. Doch das weiß der Mystagoge weit von sich. Und Pamina glaubt ihm treuherzig. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht. Und ist der Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er an Freundeshand, vergnügt und froh ins bessere Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017